Hier die Erklärung, wie man im Publisher Vorlagen öffnen kann, die das Programm schon mitbringen. Also hier ist beschrieben, Datei, Neu, Integrierte Vorlagen und da müssten wir unter den Papierfaltprojekten zum Beispiel den Papierflieger finden. Schauen wir mal nach, Datei, Neu, Integrierte, bisschen runterscrollen, Papierfaltprojekte und da haben wir sogar den Flieger, sagen wir erstellen und dann haben wir hier die Vorlage und hier sogar die Bastelanleitung.